Die Rotler aus Ostdeutschland eine große Enttäuschung erleben. Keiner der Athleten schaffte den Sprung auf Siegerprotest. Auf der Strecke ist Valadie Dudin aus der damaligen Sowjetunion. Vor diesem entscheidenden vierten Lauf belegt er Rang 2. Auf das Rodeln konzentrieren sich die Sowjets erst seit kurzem. Dudins Technik ist fehlerlos. Der amtierende Weltmeister darf nicht an den Spielen teilnehmen. Die Oschlaf Sajons war aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Kanada geflüchtet. Bei der Weltmeisterschaft ging er bereits für Kanada an den Start. Doch die strengen Olympia-Bestimmungen verhindern einen Start in Sarajevo. Mit 116 Stundenkilometern rast Dudin dem Ziel entgegen und geht in Führung. Zwei Konkurrenten stehen nun noch. 1984, anno storico per lo sport italiano. Le Olimpiadi lo hanno caratterizzato. A Sarajevo, per i quattordicesimi giochi invernali, nessun paese manca all'appello. Lo sport è presente nella sua unità. Non altrettanto accadrà alle Olimpiadi estive. Los Angeles, con il suo rito spettacolare, avrebbe voluto darci l'immagine di una serenità planetaria che purtroppo non esiste, negata dall'assenza delle bandiere dei paesi socialisti. Un controboicottaggio. La risposta alla mancata presenza degli Stati Uniti ai giochi di mosse. Per l'Italia, il 1984 si annuncia subito come un anno felice. Traevo, Pauli Gartner, 32 anni, carabiniere, alto a tesino, alla sua quarta Olimpiade, conquista la medaglia d'oro nello slittino. Als letzter geht Sergei Danilin auf die Strecke. Er müsste schon einen super Lauf hinlegen, um Hildgartner die Goldmedaille noch zu entreißen. Auch er muss unter 46 Sekunden bleiben. Das wird immer schwieriger angesichts des einsetzenden Schneefalls, denn die Bahn wird dadurch einige hundertstel Sekunden langsamer. Danilin war bei der Wettmeisterschaft 1983 zweiter hinter Hildgartner. Auch diesmal entscheidet der direkte Vergleich, wer Gold und wer Silber gewinnt. Im ersten Durchgang fette Zeit. Ausgezeichnete Läufe danach bringen ihn auf den zweiten Platz. Aber Hildgartner noch abzufangen, ist fast unmöglich. In der vierten Kurve unterläuft ihm ein leichter Fahrfehler und damit ist die Entscheidung.